Raus aus der Illegalität, ran an die Tüte. Pünktlich um Mitternacht heißt es mitten in der Hauptstadt ankiffen. 1500 Grasfans rauchen vor dem Brandenburger Tor. Das entsprechende Cannabis-Gesetz wurde von der Ampelkoalition durchgesetzt. Allerdings nur nach heftigem Widerstand von den Oppositionsparteien, vom Richterbund und der Polizeigewerkschaft. Mehr dazu von Leonie von Rando. Nein, das ist kein April-Scherz. Seit Mitternacht darf in Deutschland ganz legal gekifft werden. Ob etwa hier vor dem Brandenburger Tor oder hier an der Warschauer Straße, Berliner Cannabis-Fans feiern mit dem ersten legalen Joint. Und der kann manchen offenbar gar nicht groß genug sein. Für uns ist der 1.4. auf jeden Fall in Zukunft ein Feiertag. Es ist irgendwie eine große Erleichterung. Ich hätte nicht gedacht, das ist irgendwie, weil der Tag hier kommt in Deutschland. Für mich ist es ein sehr, sehr wichtiger Schritt in die Zukunft der Legalisierung, um nicht mehr als Krimineller zu gelten, wenn man jetzt ein Tüte statt ein Bierchen hat. Ab sofort dürfen Erwachsene bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum besitzen sowie bis zu drei Pflanzen anbauen. Weiterhin tabu bleibt die Droge für Minderjährige. In der Nähe von Schulen und Kindergärten gelten Schutzzonen. Gegen viel Widerstand hat die Ampel die Legalisierung durchgesetzt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist überzeugt, die bisherige Verbotspolitik sei gescheitert. Die Legalisierung eine historische Chance. Wir werden einen besseren Kinder- und Jugendschutz einführen. Wir werden Anbauvereinigungen ermöglichen, sodass der Schwarzmarkt austrocknen kann. Das ist dann natürlich auch ein wesentlicher Schutz vor anderen Drogen. Doch viele Fragen sind weiterhin offen. Wie und wo soll kontrolliert werden? Wie geht man mit dem Grenzwert im Straßenverkehr um? Und wie sollen künftig Präventionsprogramme aussehen? Polizei, Justiz und Ärzte schlagen Alarm. Und auch die Union ist entsetzt. Das, was jetzt passiert, ist ja Chaos mit Ansage. Die Mengen sind völlig absurd, die man bei sich tragen kann. Und genau das ist ja das Gegenteil von Kinder- und Jugendschutz. Und wer behauptet, jetzt würde alles besser. Also ich glaube, da braucht man kein Prophet zu sein. Dass es nicht besser wird, das ist wirklich klar. Sollte die Union nach der nächsten Bundestagswahl wieder mitregieren, will sie die Legalisierung wieder kippen. Aber darüber machen sich die feiernden Gras-Fans hier in Berlin jetzt erstmal keine Sorgen. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Und darüber möchte ich sprechen mit Klaus Holitschek, Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag. Guten Tag. Herr Holitschek, Kiffer-Ekstase vor dem Brandenburger Tor. Wie sieht es bei Ihnen aus? Der Euphorie dürfte sich ja wahrscheinlich in Grenzen halten. Ja, selbstverständlich. Dieses Gesetz ist falsch. Es ist ein Irrweg. Es wird auch nicht umsetzbar sein. Es wirft Fragen auf. Es wird dem Jugendschutz nicht gerecht. Also viele, viele Dinge. Und eben der falsche Weg. Definitiv. Bayern plant ja als Gegenmaßnahme für die Legalisierung auch eine Kontrolleinheit. Wie soll die denn aussehen? Was soll die genau machen? Und man muss ja sagen, Bundesgesetze gelten ja auch im Freistaat. Ja, selbstverständlich gelten Bundesgesetze auch im Freistaat, auch wenn sie nicht gut sind. Aber der Vollzug ist natürlich den Ländern überlassen. Und deswegen wird es beim Landesamt für Gesundheit eine Kontrolleinheit geben. Wir haben in den nächsten Jahren ungefähr 20 Stellen, die auch dafür da sind, die Anbauvereinigungen anzuschauen. Sind die zuverlässig? entsprechend dem, was gewollt ist, an die Präventionsbeauftragte, wie weit ist der Abstand weg? Also es gibt ja so viele Fragen, wenn man ehrlich ist, dieses Gesetz ist einfach murks vom Anfang bis zum Ende. Und das wird sich auch sehr schnell zeigen. Leider wird es unsere Gesellschaft belasten und es wird auch unser Gesundheitssystem belasten, weil es geht ja nicht nur um die Frage, was Richter sagen oder Polizei, sondern viele Kinder- und Jugendpsychiater warnen davor. Und das ist doch eigentlich das Entscheidende, dass wir Jugendliche in Gefahr bringen. Bundesjustizminister Amako Buschmann, der rechnet ja damit, dass die Dateilegalisierung von Kameras auf Justiz und Polizei zumindest mittelfristig weniger Arbeit zukommt. Hat er da nicht recht? Nein, hier irrt Herr Buschmann zum wiederholten Mal. Er hat ja schon das eine oder andere Mal auch während der Pandemie geirrt, aber er tut es jetzt wieder. Ich bin überzeugt, dass das zu mehr Aufwand führt. Es sind ja auch mehr Bußgeldtatbestände mit dabei, es ist noch differenzierter. Es ist ja die Frage, wie das überhaupt kontrolliert werden kann und dann natürlich auch sanktioniert werden kann. Ich bin überzeugt, dass der Aufwand riesengroß wird und dann fehlt die Kapazität woanders. Und das wird unser System auch an dieser Stelle überlasten. Aber ich sage nochmals, entscheidend für mich ist der Rat der Ärztinnen und Ärzte, Kinderärzte, Jugendpsychiater. Das ist für mich entscheidend. Wir bringen eigentlich Kinder und Jugendliche in Gefahr. Es wird mehr Psychosen geben. Dabei liegen die Probleme im Gesundheitswesen ganz woanders, in der Pflege, in den Krankenhäusern. Da sollte man sich drum kümmern. Also in Bayern beklagt man einerseits ja eine mögliche Überlastung von Justiz und Polizei. Gleichzeitig soll diese vorgeschlagene Kontrollgruppe kommen. Wie passt das denn zusammen? Heißt das nicht noch mehr Arbeit für die Behörden? Ja, kontrollieren müssen sie ja sowieso vor Ort. Also die Polizei muss das ja tun und die Kreisverwaltungsbehörden. Aber man muss ja auch die Anbauvereinigungen erstmal zulassen. Und dazu braucht man natürlich ein Instrument. Und dass das beim Landesamt für Gesundheit genau angeschaut wird, das ist ja vollkommen richtig und wichtig. Man muss die Zuverlässigkeit prüfen. Man muss schauen, was entsteht dort. Gibt es Präventionskonzepte? Gibt es Beauftragte, die sich um die Prävention kümmern? Viele, viele Dinge, die wichtig sind. Wir wollen eben maximalen Jugendschutz. Wenn wir schon ein Gesetz des Bundes haben, das die Jugend gefährdet, dann müssen wir im Vollzug alles tun, damit wir einen maximalen Jugendschutz haben. Und wir brauchen natürlich auch maximale Prävention. Auch die sehe ich beim Bund übrigens. Nicht Bayern tut da an den Schulen schon sehr viel. Wenn wir jetzt beim Thema Prävention sind, da hört man von Vertretern aus der Suchthilfe. Auch immer wieder, dass es die auch Vorteile in dieser Teillegalisierung sehen. So könnte zum Beispiel offener mit dem umgegangen werden. Manche werden eher in eine Beratungsstelle kommen. Das Thema werde da gewissermaßen entstigmatisiert. Wie sehen Sie das denn? Gibt es da überhaupt Vorteile in einer Teillegalisierung? Ich glaube, dass es nicht entstigmatisiert wird. Es wird verharmlost. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich kann nur sagen, mit den Psychiatern und mit den Menschen, mit denen ich geredet habe, die auch in der Suchtprävention tätig sind, auch an Schulen, die warnen alle davor. Eben diese Verharmlosung. Und es ist ja auch relativ viel Cannabis, das man jetzt haben darf. Die Frage wird ja sein, der Schwarzmarkt wird mitnichten ausgetrocknet. Es wird ein grauer Markt entstehen. Und es wird eben eine Gefahr geben, auch für Minderjährige. Und auch im Straßenverkehr, wenn man ehrlich ist, sind die Themen noch nicht gelöst. Also von daher sind so, so viele Fragen offen. Und ich glaube eben, die Prävention muss an anderer Stelle angesetzt werden. Und da muss noch viel, viel mehr getan werden. Herr Holecek, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.